Es waren einmal drei magische Haselnüsse, die einem absolut jeden Wunsch erfüllen konnten. Dazu ein treuer Hund, ein cooles Pferd und eine süße Eule. Daraus wurde ein Klassiker, den sich viele immer wieder gerne zu Weihnachten ansehen. Daraus wurde eine neue Folge Original-Stories. Dieses Mal befassen wir uns mit den beiden Geschichten, die als Inspiration für den Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gedient haben. Ich denke, die meisten von euch werden diesen Film kennen. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist hierzulande ja der klassische Weihnachtsfilm. Die deutsch-tschechische Produktion erschien im Jahr 1973, hat wie gesagt bis heute Kultstatus und auch eine große Fanbase nach wie vor. Die Drehorte werden gut besucht, immer noch. Und es gibt auch Ausstellungen, wo man die Kostüme und so weiter ansehen kann. Ja, der Bann, die Faszination an diesem Film ist auch nach so vielen Jahren ungebrochen. Für die, die das nicht wissen, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist eine abgewandelte Version von Aschenputtel. Darüber haben wir ja schon in einem anderen Video gesprochen. Aschenbrödel ist eine junge Frau, die mit ihrer Stiefmutter und Stiefschwester unter einem Dach leben muss. Während die zwei vom Erbe des Vaters in Sons und Braus leben, muss Aschenbrödel im Haus als Dienstmarkt arbeiten und wird auch sonst alles andere als gut behandelt. Das Blatt scheint sich zu wenden, als Aschenbrödel drei magische Haselnüsse findet, die jeden Wunsch erfüllen. Aschenputtel ist ja eines von diesen bekannten Märchen, wo man nicht mehr genau sagen kann, wer das erfunden hat und wo es auch viele Versionen gibt. Die Handlung des Films ist eine Mischung aus der sehr bekannten Version der Brüder Grimm und der Variante einer tschechischen Schriftstellerin namens Bosena Nemkova. Ich weiß leider nicht, wie man das genau ausspricht. Die Version von Bosena stammt aus dem Jahr 1843 und heißt übersetzt ganz schlicht über Aschenputtel. Hier ist Aschenputtel eine sehr hübsche, aber auch sehr stille und zurückgezogene junge Frau, die sich nicht beschwert, obwohl sie eigentlich jeden Grund dazu hat, denn ihr Alltag ist nicht einfach. Seitdem der Vater wieder geheiratet hat, gibt die Stiefmutter zusammen mit ihrer eigenen Tochter Dora, die sie mit in die Ehe gebracht hat, den Ton im Haushalt an. Aschenputtels Vater ist nicht in der Lage, da etwas zu machen. Er ist auch eher ruhig und zurückgezogen. Selbst die Tatsache, dass seine neue Frau seine eigene Tochter als Dienstmarkt hält, ignoriert er, weil er es vorzieht, der Diskussion aus dem Weg zu gehen. Aschenputtel erhält ihren Spitznamen, weil sie immer die Arbeit zugeteilt bekommt, bei der man besonders viel Staub und Schmutz abbekommt. Eines Tages geht der Vater zur Messe. Er fragt seine beiden Töchter, ob sie etwas aus der Stadt haben wollen, wenn er schon mal da ist. Dora wünscht sich natürlich das volle Programm, schöne Kleider, Perlen, Edelsteine und so weiter. Und Aschenputtel meint, wenn du einen hübschen Zweig siehst, dann bring ihn mir. Worauf die Stiefschwester und die Stiefmutter laut lachen müssen, weil sie sich nichts super Teures gewünscht hat. Der Vater geht zur Messe, dann in die Stadt und kauft die Wünsche seiner Stieftochter ein. Auf dem Nachhauseweg passt er einmal nicht auf und purzelt in einen Haselbusch. Ein Zweig mit Haselnüssen hängt direkt vor ihm, also pflückt er diesen und bringt ihn seiner Tochter. Sie wollte so etwas ja sowieso. Am nächsten Tag ist ein Feiertag, darum geht die ganze Familie zur Messe. Aschenputtel darf nicht mit, die Stiefmutter sagt, man möchte sich mit ihr nicht blamieren, denn sie hat ja nur dieses eine Kleid. Sie vermischt Asche mit Linsen und sagt, hier aussortieren, damit du gut beschäftigt bist, während wir fort sind. Als alle aus dem Haus sind, geht das Aschenputtel erstmal zum Brunnen, um sich zu waschen und um sich auch ein bisschen zu sammeln. Gerne wäre sie mal wieder in die Kirche gegangen. Auf einmal fällt ihr aus lauter Unachtsamkeit der Haselnusszweig ihres Vaters aus der Hand und fällt in den Brunnen. Ehe sie sich versieht, springt ein Frosch empor und legt eine Haselnuss auf den steinernen Rand mit den Worten, mach es auf, was du darin findest, ist dein. In der winzig kleinen Haselnuss ist ein mehr als wunderschönes Sommerkleid. Aschenputtel freut sich, sie kann doch zur Messe, aber dann fällt ihr ein, sie muss doch im Haus noch ein paar Arbeiten verrichten. Da erscheinen Tauben, die anfangen, diese zu verrichten. Sie kann also doch gehen. In der Kirche interessiert sich dann keiner mehr für die Messe, nicht einmal der Pfarrer selbst. Alle sind hin und weg von der schönen Unbekannten in dem mehr als anmutigen, sonnengelben Kleid. Alle fragen sich, wer ist das? Nicht mal ihre eigene Familie erkennt sie. In der Menge sitzt auch ein Fürst, der sich denkt, jep, diese Frau heirate ich. Kurz vor Schluss geht Aschenputtel, sobald sie draußen ist, ist sie wie von Nebel umringt. Keiner der Anwesenden ist in der Lage, ihr zu folgen. Das ist auch praktisch, denn sie selber möchte auch, dass das, was heute passiert ist, ihr wundervolles Geheimnis bleibt. Zu Hause faltet sie das Kleid und versteckt es in der Haselnuss, aus der sie es hatte. In den folgenden Tagen gibt es in der ganzen Gegend kein anderes Gesprächsthema mehr. Wer war die wunderschöne Unbekannte mit dem Sonnenkleid? Bei der nächsten Messe kriegt Aschenputtel wieder unnötige Sortierarbeiten. Aber der sprechende Frosch taucht erneut auf mit einer weiteren Haselnuss. Dieses Mal ist ein Mondkleid darin und wieder helfen Tauben aus, damit Aschenputtel zur Messe kann. Wieder beachten alle nur die schöne Unbekannte. Dieses Mal ist der Fürst bereit, sie anzusprechen, doch er schafft es nicht. Er ist zu langsam. Alle sprechen wieder in den darauffolgenden Tagen über die wunderschöne Frau, während Aschenputtel genießt und schweigt. Der nächste Sonntag steht an, auftritt sprechender Frosch mit Haselnuss und oberkohle helfende Tauben. Dieses Mal erhält Aschenputtel aus der Nuss ein Edelsteinkleid und der Name ist Programm. Das Kleid ist übersät mit eingenähten Edelsteinen der feinsten Art. Jetzt reicht es dem Fürsten. Er war sich schon beim ersten Mal sicher, das ist die Frau fürs Leben. Er schafft es am Ende, die für ihn unbekannte Schöne zu stellen, aber sie kann sich lösen und im Nebel verschwinden, verliert dabei einen Schuh. Was nun kommt, sollte klar sein. Der Fürst sucht mit diesem Schuh nach der Frau. Stiefschwester Dora errechnet sich Chancen, obwohl sie einen übergroßen C hat. Kein Problem, sagt die Mutter, den machen wir einfach ab. Dora macht das, ohne mit der Wimper zu zucken, weil, hm, das tut man nicht alles, um Fürstin zu werden. Beinahe hätten sie es geschafft. Als der Fürst ankommt, passt der Schuh. Doch da erscheint ein Hahn, der den Plan der Stiefmutter prompt verpetzt und mitteilt, dass der Fürst sich der anderen Tochter des Hauses widmen soll. Das sei diejenige, die er sucht. Ja, Aschenputtel bekommt endlich, was sie verdient. Einen netten und auch noch sehr reichen Ehemann von hohem Stand, der sie obendrein auch noch anbetet. Bevor sie abfahren, bedankt sie sich beim sprechenden Frosch. Den Hahn sitzt sie in die Kurze, besser, dass sie den mitnimmt. Die Tauben kommen auch, ebenso wie ihr Vater. Stiefmutter und Stiefschwester bleiben zurück, ohne Liebe und ohne Freunde. Ja, war das nicht süß? Man merkt viele Parallelen zum Film, auch zu anderen bekannten Märchen. Ein Hauch vom zum Beispiel Froschkönig ist auch dabei. Ich persönlich habe den Part mit dem Hahn am meisten gefeiert. Das war klasse. Kommen wir zur Version der Brüder Grimm. Da gibt es ja auch mehrere. Der Film basiert auf der zweiten Auflage von 1819. Was ich ehrlich gesagt gar nicht verstehen kann, denn die erste Version von 1812 ist viel spannender, logischer und auch lustiger. Aber gut. Die Geschichte beginnt mit der Mutter von Aschenputtel, die krank wird. Eines Tages ruft sie ihre kleine Tochter zu sich und sagt ihr, dass sie immer ein braves Mädchen sein soll. Sie werde vom Himmel aus auf sie aufpassen. Dann schließt sie ihre Augen für immer. Der Vater des Mädchens heiratet daraufhin bald wieder. Die neue Frau bringt zwei Töchter mit in die Ehe. Die drei nehmen nach ihrem Einzug absolut alles im Haus an sich. Kleider, Juwelen und so weiter. Ihre Schwester führen sie in die Küche. Sie bekommt ab jetzt nur noch Brot zu essen, muss als Dienstmarkt arbeiten und wird von da an nur noch Aschenputtel genannt, weil sie in der Küche auf dem Boden in der Asche schläft. Der Vater macht wieder keine Versuche, etwas dagegen zu unternehmen. Hier ist es auch wieder so, dass der Vater zur Messe geht und seine Tochter fragt, ob er ihnen etwas aus der Stadt mitbringen soll. Die Stiefschwestern wünschen sich auch hier wieder Bling Bling und teure Kleidung, während Aschenputtel den ersten schönen Zweig haben will, den der Vater erblickt. Er findet wieder einen mit Haselnüssen daran, nur dieses Mal pflanzt Aschenputtel diesen ein, dort, wo ihre Mutter begraben ist. Eine Träne fällt auf diesen Zweig und schwupps steht da ein Baum, der ihr jeden Wunsch erfüllt. Mann, was für eine Wendung. Es wird nicht gesagt, was sie sich wünscht, nur dass sie danach dreimal am Tag zu diesem Baum geht, um sich etwas zu wünschen. Und jedes Mal erscheint ein Vogel, der ihr bringt, was sie wollte. Dann lässt der König verlauten, dass sein Sohn eine Gemahlin sucht. Dazu wird es die nächsten drei Tage jeden Abend einen Ball im Schloss geben. Aschenputtel darf natürlich nicht mit. Die Stiefmutter meint, sie hat noch zu viel zu tun. Aschenputtel ruft daraufhin Tauben zu sich, die ihr helfen. Nur um dann festzustellen, dass die Mutter sagt, es ist ihr egal, ob sie fertig ist, sie bleibt zu Hause, sie wollen sich ja nicht blamieren mit ihr. Und außerdem kann sie gar nicht tanzen, was will sie da? Als dann alle aus dem Haus sind, geht Aschenputtel zu ihrem Wunschbaum und sagt, Bäumchen rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Darauf erhält sie zwei Kleider, ein silbernes und ein goldenes. Damit kann sie doch auf den Ball. Es folgt wieder das altbekannte Szenario. Der Prinz ist sofort hin und weg und alle Augen im Saal sind auf die schöne Unbekannte gerichtet, die die ganze Nacht mit dem Prinzen tanzt. Als Aschenputtel dann genug hat, geht sie nach Hause und der Prinz folgt ihr. Sie kann ihn abschütteln, indem sie sich im Taubenschlag versteckt. Zwar kommt der Vater zu dieser Szenerie hinzu. Als sie die Tür dann aufbekommen, ist die schöne Unbekannte durch das Fenster auf der anderen Seite verschwunden. Der Vater sagt zwar, das kann eigentlich nur das Aschenputtel gewesen sein, aber weil man diese dann schlafend in der Küche findet, denkt er, ja gut, da habe ich mich geirrt. Am nächsten Abend passiert dasselbe. Dieses Mal spendet der Baum ein noch schöneres Kleid und das Aschenputtel hängt den Prinzen wieder graziös ab, als es an der Zeit ist zu gehen. Dieses Mal klettert sie auf einen Birnenbaum. Wieder sagt der Vater, das muss das Aschenputtel gewesen sein, aber die schläft wieder tief und fest in der Küche, als er nachher sieht. Der ist echt nicht die hellste Kerze im Leuchter. Der dritte Abend bricht heran und somit der dritte Ball. Dieses Mal wollte der Prinz die schöne Unbekannte in jedem Fall darin hindern, davon zu wuseln. Er ließ die Stufen des Schlosses mit klebrigem Pech einschmieren. Als Aschenputtel am Ende des Balls davonflitzt, bleibt sie daran auch hängen. Aber sie kann sich schnell befreien, auch wenn sie dabei einen Schuh verliert. Ihr wisst, was jetzt kommt. Auch diese Stiefschwestern errechnen sich eine Chance, den Prinzen zu überlisten. Nach dem Motto, was nicht passend ist, wird passend gemacht. Alles für Rang und Namen. Die offizielle Begründung lautet, wenn man Königin ist, dann muss man sowieso nie wieder laufen. Also wozu funktionierende Füße besitzen? Da ist tatsächlich was dran. Erst versucht es die eine Stiefschwester und dann die andere, jedoch verraten die Tauben jedes Mal dem Prinzen, dass er da die falsche Dame ins Schloss bringt. Aschenputtel wird schließlich entdeckt und die Stiefschwestern versuchen sich prompt bei ihr einzuschleimen, damit auch sie im Schloss leben dürfen. An dieser Stelle war dann das Maß für die Tauben voll. Sie entscheiden, es reicht die zwei Sinne Zukunft ohne ihr Augenlicht besser dran und setzen dieses Vorhaben sofort um. Aschenputtel fährt mit dem Prinzen davon und die Stiefschwestern sind nun zur Strafe auf ewig blind. Ja, das waren die beiden Aschenputtel-Versionen, die den Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel inspiriert haben. Man merkt schon, wo man sich was abgekupfert hat und dennoch wurde einiges für den Film dazu erfunden. Ist ja auch ganz richtig. Vieles davon hätte man sehr schlecht bis gar nicht umsetzen können. Das ist ja auch ein Kinderfilm. Die Grimm-Version hatte ich persönlich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber gut. Wir haben bei beiden wieder das übliche Szenario. Beide Hauptfiguren sind in unschönen Situationen und akzeptieren das vollkommen. Denn so war das in der damaligen Zeit. Frauen sind zarte Geschöpfe, die nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft aus so etwas herauszukommen. Aber man wird belohnt, wenn man sich nie beschwert. Nee, das ist nicht so. Die Zeiten haben sich zum Glück ein wenig geändert. Welche Version hat euch gefallen? Habt ihr beide gekannt oder kennt ihr auch wieder eine ganz andere Version? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.